... und beugt das Knie, was du hier nochmal so schön durchartikulierst. Und nun machst du, das ist eine Bewegung, die kennst du, die hast du schon hunderttausendmal gemacht. Aber nutze sie auch mal, um wirklich auch an alles andere zu denken. Sprich, dein Becken bleibt neutral, atme aus, lenke den Sitzbeinhöcker nach unten, diagonal nach vorne, atme ein. Ausatmen, flach über den Boden, wieder ein, von vorn beginn und aus und ein. Beckenboden, Bauchmuskeln anspannen, Beine ganz weit nach vorne strecken. Wenn das gelingt, flach über den Boden, schwingst du deinen Oberkörper mit den Armen so von einer Seite zur anderen. Und diesen Schwung nutzt du gleich, um einmal hochzukommen und wieder zurück und hoch und nach einmal. Und jetzt nimmst du deine Lieblingsseite gleich.